Hallo! Oh, dahinten! Ein Mensch! Eine Gestalt des Grauens! Nein! Nein, hallo! Ich bin der Hood und dahinten läuft der Hesad rum. Ihr seht ihn rumlaufen. Ich hab's zusammen. Ah ja, sieht aus wie so ein Mafia-Bengel mit seinen Dinger. Und hat aber ein Half-Life-Shirt an. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist die neue Art des Lebens. Ja. Oh, hast du da schöne Sachen? Ja, da muss ich mir noch überlegen. Na, probier mal. Ob mir die schmecken oder nicht, ne? Ja, mir schmeckt die sowieso. Oh, die Farbe ist ja interessant. Vor allem für euch da draußen, die das nur schwarz-weiß sehen. Das Ding ist eher zyranfarben. Ja, das ist Pistazie, soll das sein. Ah, hm. Aber es ist sehr... Was meinst du? Hm. Oh, einmal. Hm, interessant, aber schmeckt mir. Ja? Mhm. Was ist denn das her? Das hat die Julia mitgebracht. Hm. Das sind so... Und das ist so, glaube ich, Zitrone. So, jetzt stehe ich mal kurz hier auf. Hier seht ihr schon, wer hier drauf ist? Der Superman. Der Superman ist drauf. Also ich... Und heute kommt der Knacksi und dann schauen wir... Na, 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 hier. Den hier an. Der zweite Teil. Der zweite Teil. Der Verriesene. Alle haben es einen Verriesen. Ich finde ihn geil. Und danach schauen wir den hier an. Die Blubarella. Die Fette. Ja, die geile Fette. Tschüss. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Schweißausbrüche im Gefängnis.